Und weiter geht's. Okay, hier sind wir nun in der Zuflucht. Ne, jetzt sind wir in der Zuflucht. So, und da läuft die Wache wieder. So, da ist er ja gleich. Und sie hat magische Kräfte. Selbst eine kleine Verletzung damit ist tödlich. Ja, ihr seid wahrhaft eine Zierde dieser Zuflucht. Und ich finde, ihr habt euch eine Beförderung verdient. Hiermit ernenne ich euch zum Schlechter. Gute Arbeit. Geht jetzt, Kind des Itis. Ruht euch aus. Ihr werdet es brauchen. Ich möchte euch in dieser Zuflucht begrüßen, mein neuer Bruder. Dankeschön. So, ich wollte nochmal eben was gucken, wie weit die Waffen reparaturbedürftig sind. Naja, gut. So, der Dolch. Da bin ich jetzt mal gespannt. Entzug Stärke, Entzug Lebensenergie 20 Punkte. Ein Todesdolch. Also, nächster Auftrag. Ihr wollt mehr Arbeit? Zufällig habe ich hier einen weiteren Auftrag. Er erfordert jemanden, der sich gut Zugang zu Gebäuden verschaffen kann. Oha. Natürlich. Ich nehme gerne an. Wie immer habt ihr mich nicht enttäuscht. Euer Ziel ist ein Dunkelelf namens Valendret. Er glaubt, im Gefängnis sicher zu sein. Ein tragischer Irrtum. Ein Gefangener entkam kürzlich aus dem Gefängnis. Er floh durch geheime Tunnel, die mit den Abwasserkanälen der Kaiserstadt verbunden sind. Der perfekte Weg hinein. Außerhalb des kaiserlichen Gefängnisses gibt es einen Schacht, der zu den Abwasserkanälen führt. Er wurde kürzlich fest verschlossen. Aber ich kann einen Schlüssel besorgen. Es kann nicht sehr schwer sein, Drett in seiner kleinen Zelle zu finden. Außerdem kennt ihr ja den Weg, nicht? Valendret ist seit vielen Jahren im Gefängnis. Seine Zunge ist scharf, aber sein Körper ist schwach und gebrechlich. Er sollte eine einfache, angenehme Aufgabe sein. Ihr erhaltet einen Bonus, wenn ihr den Auftrag ausführt, ohne eine der Gefängniswachen zu töten. Geht jetzt und möge die Mutter der Nacht mit euch sein. Okay, Bonus, das wird schwer, weil im Nachhinein kann man sich, wenn man das alles wieder zu hören bekommt, wieder gut an die Sachen erinnern, wo man das selber gespielt hat. Aber wenn man jetzt so... Das ist wie wenn man einen Film guckt, den man noch schon lange nicht mehr gesehen hat, was weiß ich. Den ersten Harry Potter Teil zum Beispiel, den guckt man sich ja nicht jedes Jahr fünfundmal an. Und dann weiß man ja auch nicht genau mehr, worum es geht. Aber wenn man ihn dann sieht, dann weiß man wieder, worum es sich handelt. So, das wollte ich damit sagen. So, da sind die Abwasserkanäle. Also, mit meinem... Damit wollte ich halt sagen, dass wenn... Dass wenn man wieder dabei ist, das zu machen oder mit dem Beispiel, mit dem Film das zu gucken, denn dann weiß man wieder, worum es geht und was passiert. Na gut, okay. So. Wir speichern gleich einmal. Wer weiß, wann es hier schon losgeht mit... Ich habe die Abwasserkanäle unter dem kaiserlichen Gefängnis betreten. Ich muss mir jetzt einen Weg durch die Abwasserkanäle in das Gefängnis bahnen, um dort Walendreh zu töten. Renten sind Ratten. Wir nehmen nicht unseren durch, weil der kann 53 mal benutzt werden. Und das müssen wir jetzt eigentlich nicht drauf ankommen lassen. So. Einmal die Gegner ausgeschaltet und... Mit der Rüstung, das ist eine leichte Rüstung, glaube ich, oder? Ja, laufen wir eigentlich ziemlich schnell. Und das ist eine Kiste. Mit einem Willenkraft wiederherstellen. Und Gold. Beide getroffen, obwohl der eine gesprungen ist. Und heilen. Die haben uns so stark getroffen. In die Richtung... Können wir eine Fackel noch so als Zweitwaffe nehmen? Achso, jetzt nehme ich... Dann muss ich das so machen. Ja, und jetzt eine Fackel. Achso, und das Schild wegnehmen. So. Fackeln benutzen wir auch nicht oft eigentlich. Aber mal gucken. Ich meine, wir waren ja hier schon mal. Also müsste das ja... Hier nicht eingetragen sein. Ach, da hinten... Bin ich blind. Da hinten geht's ja weiter hier durch. Irgendwelche... Tier... Tierchen. Goblins könnten hier auch noch irgendwo sein. So. Das ist ja das Einfachste, auf der Welt hier durchzukommen. So. Akrobatik. Da müssen wir wohl durch. Und da müssen wir... irgendwo in... Da. Das wäre ja noch cool gewesen, wenn man irgendwie eine Strömung sieht, wenn das hier aufgeht und da vielleicht mehr Wasser drin ist. Aber so wie es aussieht, müssen wir da gar nicht lang. Schwierig. Ach, ich dachte jetzt... Wo geht's hier denn lang? Ach nee, das ist nur so eine... Extrakammer. Ich hätte jetzt gedacht, hier geht's noch irgendwo besonders weiter. Aber so wie es aussieht, nicht. Wir müssen uns auch wieder Dietriche bald holen. Na los. Ich trau mich immer nicht zu klicken, weil da... weil ich Angst hab, der bricht ab, ja. Puh, geschafft. So, wie kommen eigentlich die Tiere immer hier ganz durch? Obwohl hier... Wenn hier alles abgeschlossen ist, dann können die da doch nicht durchkommen. Ach, was ist das denn hier nochmal gewesen? Oh, da ist ein Goldstück. Ist da vielleicht noch was drin? Nein. So. Da müssen wir hin. Ist da irgendwas vielleicht noch im Wasser? Oh, da ist ein... Ein Kettfisch. Nein, ein Schlachtfisch. Wir brauchen Luft. Fische haben wir auch noch nicht so oft gesehen. Oh, ich dachte schon, nachher komme ich da nicht mehr raus. Zum Glück nicht abgeschlossen. Hier ist es clean soweit. Da sind zwei Tierchen. Aber die Sachen, das Fleisch und so, das brauchen wir jetzt nicht nehmen. So. Was ist das? Was ist das? Nochmal einmal speichern. Und hier haben wir uns gesehen. Mein Reden. Aber hört der Hauptmann je auf uns? Nö. Wir müssen zugegen sein. Das Gefängnis muss gesichert bleiben. Lachhaft, nicht? Wem genau beschützen wir eigentlich? Dreht? Seit dem anderen der Ausbruch gelang, ist er der Einzige, der da unten vor sich hin rottet. Na ja. Man kann es Hauptmann Montroseen nicht allzu sehr verübeln. Schließlich wittert er eine Chance zum Aufstieg. Muss die feinen Herren beeindrucken. Tja, das stimmt. Sei's drum. Ich gehe am besten auf meinen Posten zurück. Hey, und nicht vergessen. Später heben wir noch einen im aufgetriebenen Floß. Oh ja. Ich werde dort sein. Ich würde es mir nicht nehmen lassen, dich vor diesem großen Orksschläger um Gnade-Vinseln zu sehen. Ich fürchte niemanden. Der Mut ist mir angeboren. Ich, äh... Ach, egal. Gut, darauf wollte ich warten, dass sie sich hier trennen. Und dass die Fackel da weggeht. So, speichern. Dann müssen wir dieses lange warten, bis die ausgeredet haben. Nicht nochmal machen. Ach, der ist da auch weg? Ja. So, einmal schnell hier rüber. Drei Elfenpfeile, Gold und Smaragd. Ich möchte nämlich keine Wachen umbringen. Speichern. Ich speichere hier lieber... Das könnte... Ich will mal eben gucken, wo die Schnellspeicher... Ach, ne. Steuerung. Wie man schnell speichert. Welche Taste das nochmal war? Schnellspeichern ist F5. Gut.